Das ist der Freizeitpark von MainCity und damit herzlich willkommen zu einer Folge von Minecraft Let's Build. So, ich bin der Screenfun, hier seht ihr mich, oder Mr. Fox, oder Patrick, wie ihr mich nennen möchtet. Ja, und ich habe mal gedacht, ich muss ja auch ein bisschen die Wege noch weiterführen an dem Freizeitpark. Übrigens, das Riesenrad ist auch komplett fertig, seht ihr, überall sind die kleinen Dächer hier bei diesen Gondeln drauf. Und die ganzen Tore und die Sitzplätze sind alle drinnen. Da hat der Patrick, hat der mir, der Patrick, die Stefano, genau, hat er mir sehr gut geholfen. Und ihr seht schon unten, ich habe ein paar Wege schon mal hier verlegt da. Ich bin gerade mal bis zum Riesenrad gekommen. Ich möchte aber die Wege noch weiter hier rumziehen bis zu jeder Attraktion und dann wieder hier zurück, hier bis zum Ende den Weg. Ja, und der Freizeitpark, so viel muss gar nicht mehr gemacht werden. Hier in der Mitte, also da, dieser Kranz, da sollte noch ein Autoscooter hin. Muss ich mal gucken, wie ich das so noch mache. Da hinten, was kam denn da nochmal hin? Ah, ne, hier kam doch der Autoscooter hin, oder? Ich glaube, hier sollte der Autoscooter hinkommen. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Das hat doch, wer hat das nochmal gebaut? Jay-Z? Ne, Jay-Z war das, ne? Da bin ich mir gerade nochmal unsicher. Muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall werde ich hier die Wege rumziehen. Zieht euch das mal hin. Hier kann man den Hebel ziehen. Dann geht das Licht da hinten drin an. Nice, ne? Disco. Cool gemacht. Coole Redstone-Technik. So. Ja, wie gesagt. Die Wege muss ich hier noch rumziehen. Aber im Vordergrund steht gerade für mich noch ein paar neue Grundstücke aus dem Boden zu stampfen. Das heißt, ein paar Straßen wieder zu bauen, wie aus der letzten Folge. Da seht ihr das schon. Ich habe mal ein paar neue Leute eingeladen. Oh, die Heimbachs ist aber auch schnell. Wow. Der kann die Blöcke hier rausnehmen. Das war nur hier so als Maßstab, wie groß das Grundstück wird. Das sieht jetzt komisch aus. Das hat er einfach da rumgebaut. Hier, die kannst du rausnehmen, mein Freund. So. Das habe ich einfach nur so gemacht. Ja, und hier kommen noch die Straßen hin. Hier werde ich dann noch zwei Grundstücke hinkriegen. So, dann machen wir heute mal weiter. Wie gesagt, ich habe schon mal ein paar neue Leute eingeladen. Aber momentan haben auch viele Leute wieder Netzwerkprobleme. Das kenne ich ja selber. Aber ich will jetzt nichts sagen. Aber momentan läuft es hier gerade ganz gut. Aber oft, wenn ich das dann so sage, dann fliege ich hier vom Server oder so oder freeze. Aber jetzt gerade geht das ganz gut. Genau. Ja. Was gibt es sonst so zu sagen? Gerade weiß ich es nicht. Ja, die Kommentare, die lese ich alle durch. Also, momentan werden das natürlich so viele, dass ich da irgendwie sehr viele Probleme habe, jeden zurückzuschreiben. Da brauche ich echt mal, muss ich mich mal ein paar Minuten hinsetzen, um alles zurückzuschreiben. Weil das sind zu viele Kommentare. Da müsst ihr euch nicht wundern, wenn ich mal nicht antworte. Aber ich lese alle Kommentare und ich schnappe auch viele Sachen auf. Also, kein Problem. Also, wenn da einer irgendwie irgendwie Werbung macht, obwohl er es nicht darf, das sehe ich dann auch. Das ist auch vorgekommen. Ja. Man soll es halt nur nicht übertreiben, ne? Ne, wie gesagt, ich lese alles. So. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Und ich kann doch gleich nochmal, das ist auch für mich ein kleiner Überblick, mal überhaupt schauen, wie viele Baugrundstücke überhaupt noch am Start sind, wie viele wir noch machen können. Das ist dann auch für mich so ein kleiner Überblick. Ich kenne noch so ein paar Ecken in MindCity, wo wir noch im Baustellen, also Grundstücke, herauszaubern können. Aber es sind halt nicht mehr viele. So. Ich habe mir auch gedacht, so die letzten Parts von MindCity, die entstehen, die werde ich alleine machen. Da werde ich offline spielen. So. Weil da kann ich mich dann nochmal komplett sammeln und konzentrieren, dass wir das dann hier komplett, also dass die ganze Map dann schön am Ende aussieht. Dass ich nicht irgendwas vergesse, da muss ich mich konzentrieren, aber auch da halt meine Ruhe. Das kann ich dann nicht so gut, wenn wir dann zu siebt oder so hier spielen. So. Da werde ich dann nochmal alles abchecken, ob alles in Ordnung ist. Ob irgendwelche Grieferattacken am Start sind oder so. Ja. Und dann würde ich sagen, was ist das, geht dieses Projekt auch langsam, ähm, zu Ende. Wenn die Map vollgebaut ist, hört dieses Projekt ja auf. Jetzt, jetzt, natürlich kommen die ganzen Fragen. Was kommt danach? Was willst du danach machen? Oder auch Vorschläge von euch. Ich, ich weiß das, ich weiß das. Ich habe, ich habe gewisse Pläne. Ich muss das nur gucken, ob ich das zeitlich mache oder nicht mache. So. Ähm, ja genau, hier kommt die Straße hin. Deswegen, ich bin nicht so einer, der, der schon viel verrät und es dann nachher nicht halten kann. Nee, deswegen sage ich einfach gar nichts. Weil wie oft habe ich Leute erlebt, die irgendwas versprechen oder groß antönen und dann passiert nichts. Davon gibt es genug Leute. Da möchte ich mich jetzt nicht unbedingt zuzählen. Ach du Scheiße, jetzt wird das hier knapp mit der Straße. Jetzt muss ich hier den Balken wegreißen. Äh, muss ich hier einen wegreißen? Ich muss mal gucken, vielleicht lasse ich den sogar hier stehen. Mal schauen. Warum wird das hier nicht gerade gebaut? Hm. So. Okay, machen wir das so. Ja, ich frage mich gerade, wo die Leute sind. Ich habe ja schon einige Leute hier eingeladen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir in der Woche haben, mittags, ja klar, Leute, die arbeiten müssen, Leute, die noch in der Schule sind oder andere Sachen zu erledigen haben. Das verstehe ich natürlich ganz klar. Am Wochenende ist natürlich wesentlich mehr los. So, machen wir hier mal einen hin. Jetzt nehmen wir den Boden hier auch nochmal raus. Dup, 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 dup. Ja, das Casino ist fertiggestellt. Ein Supermarkt wird noch kommen. Ein Wasserpark wird noch kommen. Und dann habe ich noch ein paar Grundstücke für neue Leute, die gerne noch bauen möchten. Ja, und dann war es das. Dann ist die Map auch voll. So. Ja. Okay. Zack, zack, zack. Äh, muss ich jetzt mal gerade was schauen. Hier haben wir auch noch so ein angefangenes Grundstück. Ich weiß gar nicht, von wem das hier ist. Das ist auch schon ewig hier. So, wenn die Leute sich halt nicht melden oder so dranbleiben oder fragen, ob sie weiterbauen dürfen, dann werden halt die Sachen abgerissen. Weil dann denke ich so, dann besteht auch kein Interesse. Und, ähm, ja. Es gibt genug Leute, die gerne bauen möchten. Da schaffe ich dann Platz. Hoppala. Aber was einmal steht, welche Häuser einmal gebaut sind, die bleiben für immer hier in MyCity. Ihr könnt euch dann hier verewigen. Wenn dieses Projekt dann irgendwann endet, dann könnt ihr sagen, Ah, damals habe ich noch da, hier mit Screenfun auf seiner Map gebaut. Ah, voll gesund und so. Da könnt ihr dann mein Haus sehen. Ja. Da könnt ihr dann stolz drauf sein, Leute. Hört sich das ein bisschen arrogant an. Irgendwie hört sich das komisch an, ne? Ich bin doch gerade mal so ein kleiner YouTuber. Aber wer weiß. Jeder hat mal klein angefangen, ne? So. Was klein war, wird auch irgendwann mal groß. Schaut euch doch die ganzen Babys an, ne? Er ist erstmal ein kleiner, sabbert rum und lutscht am Plätzchen rum. Ja, und irgendwann ist man groß und isst ein Steak. Ich weiß zwar nicht, wie das gerade alles zusammenpasst, aber ich rede einfach mal. Ich rede einfach mal mit euch. Tacheles. So. Ja, das wäre aber so, so, so langweilige Straßenbaut. Da redet man oft nur Quatsch. Kommt mir das so öfter, öfter so vor. Da muss man sich halt nicht so viel konzentrieren. Aber ist ja auch mal ganz gut für mich, ne? Dass das Brain mal ein bisschen Pause hat hier. So. Jetzt machen wir das hier nochmal. Muss ich gleich nur die ganzen Fahrstreifen reinbauen. Komm, in dieser Folge lade ich nochmal zwei Folge live, äh, zwei Leute live ein. Ähm. Ja, hier vorne habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Da leckt das immer so. Deswegen fliege ich immer hier hinten hin. Hier ist der Wasserparkbereich. Deswegen fliege ich immer jetzt hier hin. Weil die Elektrosen nicht so stark. Hier ist das eigentlich noch alles in Ordnung. Ah, ich werde nochmal kurz speichern. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man viel baut und am Ende, ähm, nichts gespeichert wird und dann, ähm, alles weg ist. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Ist kein tolles Gefühl. Das ist echt nicht geil, Leute. So. Kann das Speichersymbol mal weggehen da? Weil ich habe gemerkt, wenn dieses Speichersymbol, kann das Speichersymbol, das packen wir jetzt in das Haus hier oben rein. In den Mülleimer. Ab in den Mülleimer rein. Ja, weg ist es. So. Ähm, genau. Jetzt laden wir mal ein. Wer ist denn gerade online? Wer muss denn noch was bauen? Schauen wir mal kurz. Die Rakete. Da ist er doch. Gottfaser. Habe ich den nicht gerade schon eingeladen? Ich weiß es nicht. Oder der war offline? Offline. In der Mitte von der Street ist Lemming? 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 Ich weiß gerade nicht, ob Lemming hier was gerade am Bauen hat. Ich weiß es nicht. Jojo. Komm doch rein. Jojo Gaming. Die habe ich doch schon ein paar Mal eingeladen. Du warst doch in der Freeze-Zone. So, mal kurz einmal Nachrichten checken, ob jemand auch bauen will. Da schaue ich dann auch. Aber zu mal rein. Während ich spiele. Nicht allzu oft, weil da habe ich schon öfter mal meine Probleme gehabt. Dann ist die Play sie abgestürzt. Okay, komme gleich. Spielst du gerade mal in City? Ja. Lemming. Ich weiß zwar nicht, wer du bist. Komm, dich holen wir auch mal hier rein. Du scheinst ja neu zu sein. Du scheinst hier nur nichts gebaut zu haben. Mal schauen, ob du ein netter Zeitgenosse bist. Lemming. Komm mal rein, Lemming. Wo bist du denn? Da ist er. Komm, Ryan, mein Freund. Momentan geht es nur mit Einladung. Das entscheide ich mal so, mal so. So, jetzt haben wir einige Leute eingeladen. Jetzt können wir uns erstmal um den Straßenbau wieder widmen. Uppala. So, dieses werde ich hier auch noch abreißen. Alter, das sind ja noch schöne Grundstücke. Ja, hier haben wir noch einiges am Platz. Mal gucken, wie viele Grundstücke ich hier noch rausmache. Ich möchte ja halbwegs immer, also gleich groß haben. So, wir haben auch natürlich kleinere Grundstücke. Aber ich denke mal so 30x30, das dürfte man schon halbwegs voll kriegen. Als Grundstück. Man kann ja auch ein kleines Haus bauen, einen großen Garten. Oder ein großes Haus und einen kleinen Garten. Das kann man ja variieren. So, die Mitte kommt jetzt auch mal raus. Ja, und dann ist bald schon Weihnachten, Leute, ne? Das wird doch wieder ein Highlight für euch. Weil ich denke mal, die meisten sind jünger als ich. Damals, wo ich jünger war. Oder noch ein, ja, ein Kleinkind war. Ach, das war immer schön. Weihnachten war immer super. Das war immer ein Highlight des Jahres. Im Jahr. Immer schön die Geschenke abstauben. Natürlich hat Weihnachten nicht nur was mit Geschenken zu tun. So ist es ja auch. Wenn man älter wird, dann denkt man ein bisschen anders. Aber wenn man jünger ist, dann freut man sich schon über die Geschenke. Ist ja auch alles legitim. Ist ja auch alles in Ordnung. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich irgendwie meine Straße mal halbwegs zusammenkriege. Mit den Fahrstreifen. Ja, krass. Kann ich ja fast gleich schon eine Hausvorstellung machen. So schnell ist er. Der Kollege hier. Die Heimbachs. Möchte ich nur nicht reingehen. Ja, so soll das natürlich sein, Leute. Ihr kommt auf die Map und baut einfach, ne? Natürlich gibt es dann auch Leute, die quasseln hier nur ständig rum. Und da passiert gar nichts. Und am besten lenken die noch die anderen Leute ab. Da muss ich halt immer ein paar Mal sagen, bau doch mal bitte dein Haus weiter. Aber das sage ich nur zwei, drei Mal. Und wenn das dann nicht gemacht wird, dann muss man halt hier runter, ne? Man muss auch Regeln haben. Man muss auch konsequent sein. Weil sonst springt jeder dir auf den Kopf herum. So. Aber es läuft ja ganz gut hier. Die meisten haben es verstanden. Die meisten sind cool drauf hier. Die meisten können super bauen, besser als ich. Aber das ist ja nicht schwierig. So. Machen wir das mal hier so, ne? 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ist ein 3. 4. 4, 4, 5, 6. Naja, da sage ich jetzt nichts zu. So. Auf 6 reimt sich irgendwie ein komisches. So. Wir sind ja... Äh. Ach, keine Ahnung, was ich sagen will. Leute, hört mir manchmal heute... Boah, ich hab... Mein Mund ist so trocken. Ich hab schon den ganzen Tag so, dass ich irgendwie so schnell rede und mich irgendwie gar nicht... Äh, mich ausdrücken kann. Das ist total komisch. Kennt ihr das? Wenn ihr so schnell redet... Da muss man erst mal sich ordnen und dann kann man den Satz nochmal neu einfangen. Das ist manchmal echt crazy. Hm, was mach ich denn jetzt hier? Ja, was schau ich jetzt hier? Ja, mach schon mal, ob ich diese Probleme hier, dass zwei Blöcke frei sind. Ja, war kein Problem. Wenn es anders nicht geht, dann muss ich es halt so lassen. Schön finde ich es jetzt nicht unbedingt, aber was soll's. Dann passt es hinten nicht, wenn man es vorne richtig hat. Es gibt hier immer so ein paar Stellen. Ist gar nicht so schlimm mit der Straße, muss ich sagen, ne? Mit den Balken meine ich jetzt. Also, kann man lassen. Ich hab erst gedacht, auch die Balken, die setze ich einen Block nach hinten. Aber nee, das können wir lassen. Wie lange nehme ich eigentlich schon wieder auf? Oh, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. So, so. So, so. Hier haben wir auch wieder dieses kleine Problemchen, aber es macht nichts. Ich hab lieber am Ende so ein paar Löcher als hier jetzt in der Mitte, weil das sieht dann so doof aus. Ach, guckt euch das mal an. Hier haben wir noch zum Beispiel hier. Machen wir das mal anders. Eigentlich sind die drei, aber in dem Fall müssen wir ein Zweier reinsetzen, weil sonst haben wir zu viel Grau hier. Das sieht dann nicht aus, weil so erkennt man es doch fast gar nicht. Ja, ich bin ein kleiner Trickser, ich weiß. Ich bin ein kleiner Trickser hier. So, 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 so. Ja, guckt euch das mal an hier. Ein Grundstück haben wir schon fertig. Ich könnte theoretisch sogar hier noch eine Straße durchziehen, aber dann wird das zu klein. So groß sollten schon die Grundstücke sein. Ihr seht's ja. Bestes Beispiel, wie viel Platz man dort braucht für ein Haus. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben auch noch ein paar kleine Problemchen. Machen wir das mal hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, Mann, das ist jetzt nicht so geil hier. Jetzt habe ich nämlich das Problem, jetzt habe ich... Hm. Ich habe hier zu viel Platz. In einer setze ich hier nicht rein, in zweier sieht auch doof aus. Naja, es geht halt nicht anders dann, oder? Ich schiebe den... Vielleicht schiebe ich... Schiebe ich den ein. Ah, nee, komm, lass mir das so. Das ist wie gehopst, wie gesprungen. Ist hier auch nichts Weltbewegendes. So. Ja, da haben wir schon mal wieder 4 neue Grundstücke. Eins ist belegt. Also es können wieder 3 neue Leute hier was bauen. So. Es können natürlich auch Leute bauen, die schon hier was gebaut haben. So ist es ja nicht. Aber nur den Vorrang haben natürlich Leute, die hier nur nichts gebaut haben. Ich möchte jedem eine Chance geben, hier was zu bauen. Weil sonst wäre das ein wenig unfair. Weil dann müsste ich ja, wenn ich nur Leute nehme, die immer hier was gebaut haben, müsste ich ja ein Standard-Bau-Team haben, das nur mit mir baut. Und keine anderen Leute. So. Wie gesagt, das hatte ich ja schon öfter mal angesprochen. Seid nicht traurig, wenn ihr hier in MainCity nichts gebaut habt. So. Was ist das denn für ein komischer Block, der weiß hier. Der muss aber auch weg hier. Glowstones habe ich glaube ich damals alles so eingeteilt. Das ist... Ja genau, das ist der Park. Der Wasserpark. Neben dem Freizeitpark. Okay. Yeah. Hauen wir das Glowstone mal weg. Hauen wir das Glowstone mal weg. Was ist das hier für ein Loch? Ach. So Löcher mag ich ja gar nicht hier. Mein City stopfe ich hier mal direkt. Das sieht dann so komisch aus. Also will ich meine Stadt hier nicht im Griff haben. Ich bin der Sheriff hier. I'm the Sheriff. Ja. Wir haben auch noch viel Platz. Hier kriegen wir auch noch zwei Grundstücke hin. Mindestens. Das soll kein Eingang da vorne sein. Da habe ich einfach schon mal den weißen Block hingesetzt. Weil das rote kommt hier weg. Das wird hier in weiß ersetzt. In Quarz. Hi Trazon. Ah, Trazon ist dann sein Haus. Super da oben. Vielleicht können wir da auch mal irgendwann eine Hausvorstellung machen. Ach du Scheiße. Das ist auch ein Riesenblock hier. Puh. Ist da was? Ich mache hier mal eine Straße hin. Hier kommt eine Straße hin. Weil ich muss mal aufpassen, dass die Grundstücke nicht allzu klein werden. Das muss schon eine gewisse Größe sein. Mal so. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Weil jetzt haben wir hier. Da. Das ist auch nochmal ein Grundstück. Oh, eine schöne Größe. Ja. Ja. Alle sind verschieden. Jeder. Manche möchten ein kleineres. Manche einen größeres. Deswegen ist eigentlich vieles dabei. Ich bin auch sehr flexibel. Ich kann auch aufs großen Grundstück ein Grundstück machen. Das kommt immer drauf an. So. Und dann ziehe ich nochmal hier eine Straße entlang. Voll die Straßenfolge hier. Trotz Nummer zwei ist auch da. Schön. Da muss ich auch noch sein Hausreiter bauen. Das ist immer super. Ich spiele immer zu zweit. So. Jetzt machen wir hier die Straße durch. Ist das das Richtige? Oder muss ich nur eins nach links? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Weil da der Balken ist. Das irritiert mich so. Weil wir hatten ja den Balken hinten auf der Straße. Ach. Ne. Gar nicht. Das passt hier wieder. Crazy Frog hier. So. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Also wir müssen uns einmal hier durchfressen. Boah. Da einfach mal einer so eine Platte hingesetzt. So. Hier ist. Genau. Hier kommt die Straße durch. Ich fresse uns hier durch. Wie soll ich so ein Käsekuchen? Oh. Käsekuchen. Boah. Das würde ich mir jetzt gerne reinziehen. Lecker. Hammer. Was mögt ihr denn überhaupt für Kuchen? Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt einfach mal Hashtag und dann euren Lieblingskuchen dahin. Also bei mir wäre es dann Hashtag Käsekuchen. Ach. Boah. Gott. Ich könnte da so viele. Hashtag Schwarzwälder Kirsch ist auch super lecker. Ich mag so viele Kuchensorten. Ja. Doch. Kuchen geht schon. Donauwelle ist super. Ach. Apfelkuchen ist auch geil. Ach. Kirschkuchen. Ach. Gott. Es gibt so viele. Bienenstich. Ist auch super. Das so mit gerösteten Mandeln oder karamellisierten Mandeln oben auf Hefeteig. Und in der Mitte ist dann so ein Puddingstreifen drin. Oh. Lecker. Jetzt höre ich aber mal auf. Sonst kriege ich gleich Hunger. Drei. Vier. Fünf. Ach. Wer das? Da ist jemand Neues. Den Lemming. Ist der vor der Tafel da oben? Ja. Super. Meistens, wenn ihr vor der Tafel spawnt, dann sind die neue. Weil das ist der Spawnstartpunkt. So. Dann holen wir mal den Lemming mal kurz hier hin. Und nicht vergessen. Hashtag. Und dann euren Kuchen dahinter zu schreiben. Da weiß ich sogar auch, dass ihr bis jetzt geguckt habt. Oh. Ich bin ein Genie. So. Jetzt ist aber gleich jetzt das Folgenende. Wir holen uns erstmal den Dings hier hin. Wer ist denn dieser Lemming? Lemming. Komm mal hier hin. So. Wo bist denn du? Hi. Na. Alles klar? Da macht ihr jetzt bestimmt ein Schild. Hallo? Ja. Natürlich. Schreibt mal ein Schild. Ja Leute. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Wenn euch diese Folge gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns vielleicht im nächsten Part von Minecraft Tutorial. Äh. Let's Build. Oder Tutorial wieder. Müsst. Wie ihr möchtet. Ich bin ja überall zu finden. Checkt mal meinen Kanal ab. Da gibt es viele schöne Sachen. Wenn ihr so auf Minecraft steht. Ansonsten würde ich sagen. Vielen Dank fürs Schauen wie immer. Fürs fleißige Schauen wie immer. Muss ich dazu sagen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Minecraft Let's Build wieder. Vielleicht ist der Lemming auch dabei. Schauen wir mal. Ciao. Ciao. Ciao.